Ach, das darf doch nicht wahr sein. So, alle vier Mann haben wir noch. Jawoll, wir haben erwischt. Den haben wir. Und den haben wir. So, und was wollen wir wenden, dass hier wieder so Mann-Schnitte herauskommen? So, hier oben ist ein Strider, der etwas rumballert. Hey, hier rüber! Ja, alles klar. Thornton Freeman? Ja. Ich hab doch recht, oder? Jawoll. Ich lege ein paar Ladungen und spreng das hier auf. Alles klar. Komm, die Leute, geht mal hier weg. Ah, ihr misst Dinger. Ah, ihr misst Dinger. Ratsatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat sein das hier ist die stelle ab oder was ich lade nach so hat den hoch da hast du es jetzt bald ach also dieses offen los leute kommt Gar nicht lang fackeln Alles klar, ihr wartet hier Und ich gehe das Ding aufmachen Weil ihr könnt sowieso nicht hier durchkrabbeln Hi meine lieben Freunde Meine schönen Kistchen Ach sieht das nicht schön aus hier Das geht unter Gar nicht cool Aua, Aua, Aua Ich komme hier nicht mal raus Aua Und was wollen wir wetten Das ist hier drin Wie immer Zombies verbergt So, einen haben wir erwischt Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Fall doch um Na So Wo wollen wir denn überhaupt hin Wir müssen das jetzt mal genau angucken Ich glaube da bringt uns das Ding gar nichts So, da hat meine Gruppe mal ein bisschen was gepostet Ich glaube wir müssen uns einfach noch ein bisschen mehr machen So, da hin Und da hin Und da hin Oh Oder wir rennen Ah nein Ah, das darf doch nicht wahr sein Verdammter Mist aber auch Jetzt kommen ja auch noch die Zombies Und mir geht es nicht aus So, du stirbst Oh, wo kommt die jetzt mal her hier Von überall Mann, habe ich mich erschreckt So, wir brauchen weiter Mann, 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 Mann So, jetzt diesmal aber ein Offsafe Keine Lust sie zu sterben Zack Zack Jetzt nehmen wir uns das nächste Und setzen das so hin Zack Und es fällt natürlich um Was du nicht alles misst, Mann, zu Okay, ich habe jetzt nicht noch zu voll Aber ich glaube, ich komme von da aus noch gar nicht raus Mein Gott aber auch Hier, raus hier Raus hier Einfach nur raus So, wir gehen da rein Und hier runter So, das hätten wir Alles klar Weil wenn du's bist Was zu erwarten Es ist nur einer Los jetzt alle So, kommt mit, Freunde Kommt Freunde Ihr braucht aber ne Zeit, ey So, 100 Pro kommt gleich an den Ladebildschirm Tada Was ich nicht sage Wir werden angegriffen Oh, und die Sonne ist hier angegriffen Was wäre, was wäre, wenn ich jetzt da nicht gestanden Äh, wenn ich da drauf gestanden hätte Aua, ich habe keine Licht So So Hi Ja Ja gut Alles klar Mach du mal Aua Nein Ja, das habe ich auch schon gemerkt Danke, dass du das mir sagst Was ist denn hier jemand Was ist denn hier jemand So, wir spießen sie alle auf So Die sind down Die steuern uns nicht mehr Die könnten ja nach oben kommen So Unsere Leute fliehen zurück Ah, hier entlang Oh, das sieht mir aber nicht geheuer aus Oh, ganz schön kram Freue ich mich aber Ist alles klar Scheint nicht so Bitte Ist okay Okay, die hat Schiss So Hi Sie ist da oben anscheinend jemand Ich sehe keinen Da hast du Äh, Danielan Nein Verwirrung Warum kann jetzt einer von denen die Tüter aufmachen Und ich nicht Schweine Boah, du hast den voll umgelootet, Mann So richtig So Bäm Nix weg hier Bäm Hilfe Nein Du nicht So, wir haben zwar jetzt ein bisschen Hier, flieg dich zusammen Dankeschön So, wo sind denn meine Leute hier Folgen die nicht mehr Oh Gott, sind die lahm Aua, du blöde Sau Mit dünn roten Augen Äh, gelben Augen Demon Ich habe hier doch gerade eindeutig jemand nachladen gehört Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Haha Geone-Hinted Uuuuh Äh, ge-ge-ge-Crowbar-Hitted Sieh mehr? Nö Oh, nur schöne Munition Oh, oh Hinter mir Aua Okay, Tatsache, hinter mir Ich hätte auch erwischt Hättet ihr mich vor erschossen Komm, machen wir wieder zu hinter uns Kann ja nicht schaden Hallo Hallo Mann, sieht das hier alles scheiße aus Okay, wo die Features sind, gibt es auch Head Grabs Da wechseln wir mal die Waffe Ho, 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 Head Grabs Oh mein Gott Ich habe gerade eine Waffe ausgewählt Verfluchten Head Grabs Nachladen, Dr. Freeman Ja, ich würde gerne nachladen, aber ich sehe die nicht So, wir lassen jetzt erstmal die Taschenlampe aufladen Weil ich nichts sehe Verdammt, Aua Head Grabs Head Grabs Zombie Alles voll mit dem Mistviechern hier So, hier ist niemand Ja, das denke ich auch, dass das weh tut So, die Knusperne jetzt erstmal vor sich rum Bevor wir weitergehen So, hier ist niemand mehr Tach Ach, da haben wir sowieso Fall Boom So, wie die immer hier angerast kommen Die Mistviechern Zack, 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 zack So, ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, wo es nach oben geht Oh, äh Das haben wir schon gesehen Da wissen wir, wo es nach oben geht So Rollen Oh mein Gott Nein, da ist ein Da oben ist auch noch einer So, den haben wir auch So, den hätten wir Das war es aber ganz sicher noch nicht Dankeschön, ich weiß noch nicht wo die ganzen Dinge Ich glaube, den hat er gerade noch seinen eigenen hier weggebracht Hallo Redis Da oben ist noch ein mieses Mistviech Ah, da ist auch der Reiz Verdammt Oder es war dasselbe Nein, es war nicht dasselbe Ah So Zum Glück könnte ich so gut zielen Ich kann es nämlich nicht Okay, hier rüber, hier hoch, hier links, hier rechts So, ich krieg ganz schön was ab hier Von dir vielleicht Ich kann den Kerl nicht sehen, verdammt Ah, das darf doch nicht wahr sein hier, Jungs Jetzt mal hier Da ist auch der SS-Coach So, wir rasen auf die andere Seite Hey, zack So, die haben alle mal weggerobbt So, habt ihr es bald So, wir springen hier runter Hier ist wieder Ein paar Kistchen Da kommen sie Schwarz Granate Achtung So, die hat es voll weggerobbt Wo kommen die denn überall her Ihr dacht doch, ich weiß nicht Oh, was ist das denn hier Nix Ich seh die gar nicht So Äh Hi Wieso stirbst du nicht von meiner Knache Aua Aua Oh, äh Hilfe So, was nehmen wir denn hier Ah, die hier So, wir rauben die alle mit Alle mit Äh Ach, da war auch eins Gut, dass ihr das gesehen habt Ich höre jedoch eindeutig Ah Ich hasse dich Guck doch mal, wie du allein aussiehst Allein nur aus Muskelphase Aber es ist nichts anderes Du hässliches Mistfiel Äh So, wir lassen die da mal nach hinten kämpfen Ah, ich seh die nicht Alles klar, lad du mal nach Ich such mir nämlich hier das hier raus Mir nehme ich die Sicherheit Zack Ich höre jedoch alles von der Zombies Höre ich doch hier Ach, da oben sitzt da immer noch einer hier Den lassen wir mal sein So, wir gucken denen jetzt mal zu Wir lassen die mal die ganzen Zombies killen Bist du verrückt und springst hier runter Ist hier nix mehr oder was? Ah, ein Half-Life-Zeichen Aber Gucken wir erstmal hier Da ist nix Hier ist ein Half-Life-Zeichen Ah Brauchen wir nicht Dankeschön Nehme ich auch Und ich da hinten nehme ich auch Komm Komm Jawoll Bitte Ich hab nix verstanden was du gesagt hast Ich Du redest andere Sprache als ich Ladebildschirm So, hier ist zu So Ihr seht es Ich seh es auch Aber lassen wir erstmal die ganzen Zombies hier von den Dingen kümmern Und tschüss Und tschüss Ah, und derzeit ist auch noch eins Und tschüss So, wir springen hier runter Und nehmen wir uns natürlich unser Zeug mit hier Zack Ja, und derzeit ist auch noch eins Und dann